Auf Nummer sicher geht Jaroslav Trauben in die Ecke für Hannover 96. Auf Schlaudraff gespielt, volle! Was für ein Tor! Na, da sind sie aber froh, dass sie nicht gewechselt haben. Das gucken wir uns nochmal in aller Ruhe und ganz entspannt an. Ecke von Pinto, der sieht Schlaudraff und der haut das Ding drauf. Brobny guckt ehrfürchtig zu. Wahnsinns-Tor von Jan Schlaudraff. So, wollen Sie jetzt noch die Minuten wissen? Mir ist das egal, er hat tausend Minuten nicht getroffen. Jetzt haut er das Ding rein und das ist das Wichtigste. Und es steht 1-2.